Liebe interessierten Autokäufer, das ist ein kleines Video auf Wunsch von meinem zum Verkauf stehenden Audi A6 iRoad Royal Juni 2007. TÜV hat er im Mai neu bekommen ohne Menge, dann steht er und ist jetzt wieder geputzt noch irgendwas, großer Kühlergrill und so sieht der aus, da hat er einen Kratzer, aber es ist zu vernachlässigen. Also da sind die Fußbanden drin, ich saug den auch nochmal aus, das ist nicht das Problem. Der Wagen ist kalt. So, und da ist er an. Kälter die Systeme runter, jetzt ist er kalt. Dann dreht er immer so auf 1000, 1100 und warm, das geht dann ein bisschen weiter runter. Aber das kann man wahrscheinlich auch noch einstellen, schätze ich mal. Das ist jetzt im Dynamik-Mode, wir lassen uns einfach mal so 2-3 Minuten laufen und dann zeige ich euch das mal draußen, wie der sich anhört, weil der ein bisschen Temperatur hat. Ja, ich mach dann einfach die Streben. Das funktioniert auch alles. Hier oben ist das Schiebedach. So, dann steige ich mal aus. Ich mach mal den Motor aus. Das ist so ein Kinker. Jetzt drüber, dass es noch kalt ist. Jetzt drüber, dass wir hier auf sind. Dann läuft da halt, aber noch kalt ist. Was ich jetzt mal mache, ist, ich stelle die jetzt mal auf. Aus. Aus. Hier auf. Allroad. Dann. Anzuschauen, wie er sich gleich nach oben fährt. Ja, das war schon dabei. Jetzt schauen wir. Das Hauptsache. Das ist das Fahrzeug. Das ist das Fahrzeug. Das ist das Fahrzeug. Das ist ein Kinker réussiches Fahrzeug.